Yo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregeln, das ist hier der Oli, für euch am Start mit Let's Play, äh, ich versinke im Sand und kommen die wieder raus. Hoah! Herzlich willkommen. So Freunde, ihr erinnert euch an diese Stelle, ja, ganz unten rechts, wo ich nicht hochgekommen bin. Ein Raum weiter war diese Grapplebeam-Verbindung, die ja eingebröckelt ist. Ihr seht jetzt hier, dass ich da praktisch in einer umgekehrten U-Form erst ein Vault durch musste, Wall-Jump hoch und jetzt hier unten gelandet bin. Und hier rechts geht's jetzt weiter. Ich sehe darin, meine einzige Chance, diesen Ort in irgendeiner Weise, obwohl er zu keinem bekannten Gebiet führt, zu verlassen. Und ich sag's euch jetzt schon mal im Voraus. Wenn das der Fall sein sollte, dass das der gewollte Weg ist, um hier rauszukommen, ist dieses Spiel noch viel gemeiner, als ich dachte, weil das ist wirklich Geficke. Das war, also ich meine, es war nicht ganz so schwer, wie es aussah, aber trotzdem bestimmt zwei Minuten habe ich gebraucht, bis ich den Sprung hatte. Scheiße. Was ist das für eine Maschine hier? Okay. Ach, bitte seid ihr, dass es hier weitergeht. Das muss hier weitergehen. Ähm. The fuck? Ist das denn jetzt bitte wieder? Das hätte die Superbombe mitspringen müssen. Wenn's gehen würde. Warte mal. Kann ich sprinten? Außer hier reinzufallen, das wäre nicht so geil. Ja, die letzten zwei Blöcke. Ach so, ungefähr hier, genau. Nee, du bist wieder da und das irrscht mich auch ab. Halt mal. Kannst du mir vielleicht helfen dabei? Oder explodierst du, wenn ich das mache? Nee, tust du nicht. Kommst du hier durch? Nee. Kommst du hier durch? Bist du so eine Grabemaschine? Oh mein Gott! Ich bin ein Genie! Oh mein Gott! Ich bin ein Genie! Ich dachte mir doch, den Gegner habe ich noch nie gesehen. Der hat doch sowas in der Hand, da solche... Ja. Arg. Richtig arg. Aber ich dachte mir so, es gibt bis jetzt nichts, wo ich dachte... Nee, irgendwas anderes muss dieses Ding aus... Ähm, muss dieses Ding, ähm, ja... Also muss diese massive Wandmauer ja durchdringen können. Und, ähm... Alter. Okay, ich bin durch, Freunde. Und die Powerbombe hat ihn nicht bekämpft. Dann war ich mir eigentlich relativ sicher, dass er was machen muss. So, was ist jetzt hier? Bevor ich jetzt hier irgendwo wieder reinfalle. Gibt es hier irgendwas außer den Weg nach unten? Weil ich glaube nicht, dass ich hier wieder hochkomme. Okay, wir wagen es. Okay, mit einem Morphball-Jump nötigenfalls kommen wir hier wieder raus. Ich scanne jetzt alles ab, Freunde. Ohne Scheiß. Da ist ein Item. Bitte sag, dass es nicht ein Teaser ist. Bitte sag einfach nicht, dass es ein Teaser ist, sondern dass ich da jetzt einfach reinkomme. Ich komme ran. So, bevor ich jetzt aber hier einen Schritt weiter tue. Scannen. Nein? Okay, sieht relativ sicher aus. So. Was bist du? Springball. Ach, der... Ich kann jetzt springen, während ich Morphball bin. Ist das richtig? Ja. Okay. Ist das essentiell? War das jetzt wichtig, dass ich das kann? Ist ja cool, ne? Aber ist das jetzt mega wichtig? Frage ich mich gerade. Jetzt kann ich mich praktisch nur noch als Morphball weiter bewegen, wär's doch, oder? Metroid Morphball. Also, das war arschig versteckt. Okay, es war nicht der offizielle Weg nach draußen. Der verletzt mich auch nicht irgendwie. Der offizielle Weg nach draußen, aber... Es ist bestimmt ein Item, was man irgendwann nochmal brauchen könnte. Okay, Klitsch dich in der Wand fest. Auch gut. So, nochmal Powerbomb belegen. Ne, ich komme so nicht mehr raus. Okay. Gut. Der Springball. So, durch das Loch, meine ich hier. Wart mal, ich zeig's euch nochmal. Da, das da. Durch dieses Loch. Durch dieses Loch musste ich springen, um das zu schaffen. Und das Rätsel mit der Grabermaschine kapieren. Es ist Wahnsinn. Dieses Spiel ist einfach... Muss ich wirklich sagen, in gewisser Maßen ein bisschen arg. Halt mal. Kann ich damit irgendwas machen? Das wäre jetzt krass, wenn ich damit den Wasserfall hochkomme oder so. Ne, okay. Damit... Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, kommst du mal von einem Springtrip wieder runter? Ich hasse Meridia. Freunde, ich muss es wirklich sagen. Ich hasse Meridia. Oh, ist das eine scheiß Gegend. Sonst stecke ich hier wieder fest. Ich kann es kurz nehmen. Komm raus. Bitte. So. Ich würde es keinen Fehler machen. Okay. Kann man hier irgendwie wieder raus, ohne dass mir das passiert? Dann muss ich von weiter rechts abspringen. Wahrscheinlich. Nee, dann stoße ich an der Wand dran auch. Genauso. Am besten sterbe ich jetzt einfach, Freunde. Am besten sterbe ich jetzt einfach hier. Dann kann ich es mit Springfield auch nochmal abholen. Nein, du Pisser. Geh doch. Was ist denn das Problem? Diese verdammten... Die bringen mich doch um. Die bringen mich echt doch um. Ich habe noch... Ich habe doch zwei Reserve Tank. Aber trotzdem. So. Der Springball also, ja. Aber ich hatte doch keine Passage. Bis jetzt, wo ich den unbedingt gebraucht hätte, oder doch? Mal schauen. Ja, ich habe jetzt den Springball. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein gutes Ding. So. Da ist definitiv nichts. Wir gucken jetzt nochmal nach. Nein. Kein Weg führt da hin. Hier oben ist auch einfach nur hoch, oder was? Oder kann ich jetzt mit dem Springball die... Die Tore öffnen? Klopft da praktisch mit dem Offball zwei, dreimal an und dann sagen sie Hallo. Das geht. Komm rein. Was geht? Was geht? Ich bin bald schon tot, oh yeah. Jetzt bin ich hier wieder hier, okay. Die will ich jetzt tot sehen, weil du gehst mir auf den Sack. Okay, das hat sehr viel gebracht. Hier kann ich auf jeden Fall Sprinten. Nur bringt mir das, dass ich nicht sprinte. Kann ich die Tür vielleicht umrennen? Kleiner Augenblick. Ich habe eine... Moment, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, aber es ist eine Idee. Nee. Hier hoch wieder hinspringen. Freunde, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Es tut mir echt leid, aber ich bin echt... Es ist leid. Ich weiß es nicht. Also so viel ist das Spiel, wie es ist, dass es mir eine Aufladestation gibt. Aber ich muss irgendwie hier wieder raus. Bin ich irgendwie dazu fähig? Warte mal. Nee, so geht es nicht. Nee, man kann auch nicht wieder hoch. Weil... Was bringt mir das denn? Hier gar nichts. Nee, leider immer noch ratlos. Ich habe einen Spring Ball gefunden. So weit war ich jetzt. Kann man hier nicht irgendwie einen Stockwerk runter? Direkt unter mir geht es doch weiter. Mit dem Abenteuer. Aber ich kann nicht zurück. Okay. Gut, Freunde. Dann gehen wir nochmal ans Tor von Criteria. Ohne Scheiß. Äh, zu Criteria. Und gucken, ob es da nicht doch irgendwie reingeht. Weil ich check es nicht. Ich check es nicht. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Es geht nicht. Ich habe jetzt schon da bei der Einstelle so rumgepackt. Habe jetzt einen Spring Ball gefunden. Und es war beabsichtigt, dass ich den nur so finden kann. Nicht wieder hier trinken, Olli. Sonst wirst du gleich wieder runtergezogen. Jetzt trinken. So, hier wieder Fladenhausen. Jo, jo, jo. Ich kenne dich schon. Comic-QRG. Brauche ich hart. Das muss so spannend sein für die Zuschauer. Oh mein Gott. So. Ich gucke jetzt nochmal nach Criteria rein. Ob ich nicht doch irgendwie reinkomme. Ansonsten muss ich sagen. Muss ich die Session an diesem Part beenden. Und euch um Rat fragen, liebe Zuschauer. Weil so kann ich das Spiel leider nicht weitermachen. Dann sind mir die Hände gebunden. Ich komme nicht weiter. Und dann werde ich auch auf eure Antworten warten, bis ich weitermache. Weil, also, das tut mir leid. Sowas gebe ich mir nicht lang. Absolut kein Bock drauf. Das heißt, ich gebe es nicht lang. Ich gebe mir den Scheiß jetzt schon seit eineinhalb Stunden bestimmt. Hier rumzusuchen. Gibt es hier irgendeine Möglichkeit? Das wäre jetzt gemein. Bei einem Elevatorraum was zu verstecken. Ich traue dem Spiel inzwischen noch mehr als alles zu. Hier gibt es nichts. Aha. Aha. Ne. Hier war ich schon vorher drin. Aha. 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 Was? Wie bitte? Was? Ist das deine Scheißernst? Das war so gewollt? Nein. Nein. Nee. Freunde, bitte, bitte, bitte. Sagt mir nicht, dass das gewollt war. Ihr ganzen Metroid-Profis da draußen. Alter, nein. Nee, wirklich nicht. Nee. Nicht zu früh, Freunde. Ich. Ich sag gerade nichts mehr. Wirklich nicht. Ich bin vollkommen fertig mit Nerven. Ich dachte schon, der letzte Part war nervenaufreibend. Aber das ist ja, also die letzte Session. Aber. Ich glaube, ich bin wirklich wieder draußen. Ich glaube tatsächlich, dass ich wieder draußen bin. Ich glaube tatsächlich, ich bin wieder draußen. Man muss hier irgendwo was aktivieren, dass die stromlosen Türen wieder funktionsfähig sind. Also, ich werde noch nicht ausrasten. Ausrasten tue ich jetzt, wenn ich wirklich zu einem Punkt komme, an dem ich wieder sage, ich bin tatsächlich frei. Hier war ich vorher nicht. Nee, tatsächlich war ich hier nicht. Was geht hier oben? Nichts. Springball. Nicht als habe. Nee, bringt jetzt hier wenig. Hier geht der Strom noch nicht. Hier geht der Strom noch nicht. Ich weiß, es geht galanter. Weckt mich alle. Ist mir egal. Ich versuche das noch nicht. Ich kaufe das noch nicht. Arg 9 grob. Liebe Freunde der Nacht Es kann sein Dass ich es wirklich geschafft habe Innerhalb von drei Parts Den eigentlichen Weg nicht zu finden Aber Wenn das jetzt wirklich der Ernst Vom Spiel war Dass es keine andere Möglichkeit gab Dieses, diesen Springball zu finden Dank dieses Springballs Diese Hürde die wir gerade gesehen haben Zu überwinden um hier im Wreckchip zu landen Damit es hier vielleicht weiter geht Im nächsten Part Muss ich sagen Das war fies Weil das war der einzige Spot Den man unter viel Rumgetrickse Erreichen konnte Der in irgendeiner Weise Einen Ausweg geboten hat Nicht wie man weiterkommt Sondern wie man überhaupt da wieder rauskommt Andererseits Zeigt ein so das Spiel möglicherweise Du musst hier was machen Wir lassen dich nicht gehen Weil sonst wirst du nie drauf kommen Trotz allem muss ich sagen Ich bin ein Fan von Metroid Ich hätte sonst die Reihe nicht angefangen Und ich hätte auch sonst nicht bis hierher gespielt Weil, ne Wie gesagt Unser siebter Metroid Teil Von zehn Ne, unser achter, oder? Da kommt AWM Dann nach Confusion Ja, also unser achter So weit sind wir schon gekommen So viel Strapazen So viele Abenteuer So viele Rätseleien So viele frustrierende Momente So oft schon gebrüllt Und den Controller Wohin geschmissen Ist bis jetzt noch nicht der Fall gewesen Weil ich eben eine Zeit auch älter geworden bin Und was bringt es Einen Controller zu zerstören Aber ich muss wirklich sagen Wenn das die Absicht des Spiel war Finde ich es unfair Weil das war richtig schwer Also das habe ich seit Metroid 1 Nicht mehr erlebt Dass man Mit so einer kryptischen Rumtrickserei So einen Spot Ein Item kriegt Ein Item Also erstmal Einen geheimen Weg freischaltet Der meinetwegen Weißt du, wenn er zu einem Energy Tank Oder was sich was geführt hätte Sag ich nichts Sag ich, okay gut Manche sind halt krass versteckt Aber Der wirklich dann erstmal Zu dieser Maschine führt Man drauf kommen muss Okay, mit der Maschine Muss man das und das machen Dass er das freigräbt Ich kriege ein Item Dass die einzige Möglichkeit ist Diesen Gebiet wieder zu Diesen Gebiet zu entkommen Und somit das Spiel weiter zu spielen Finde ich scheiße Genauso wie ich zum Beispiel auch Scheiße finde Dass man bei den Prime Teilen Diese Kacke Diese Artefakte einsammeln muss Weil die Artefakte Das ist der Grund dafür gewesen Dass ich damals mit 15 zum Beispiel War es 15? Ich glaube schon Dass ich damals Metroid Prime Nie zu Ende spielen konnte Weil ich nur 9 von 12 Artefakten gefunden habe Ich habe mich wochenlang Den Arsch abgesucht Ich habe nicht alle gefunden Weil auch ein paar Es tut mir leid Wahnsinnig eklig versteckt waren Und dass das Essenziell ist Um ein Spiel durchzuspielen Ich weiß Dieses Spiel hat Haufen Anhänger Und viele halten dieses Spiel Für das beste Spiel der Welt Und ich glaube Wenn ich das als Kind gespielt Ich hätte auch nostalgische Momente Es macht mir auch immer noch Spaß Ich finde es immer noch geil Versteht mich nicht falsch Aber an der einen oder anderen Stelle Bin ich selbst einfach als Doch Spieler Seit 15 Jahren bestimmt Oder noch länger Bin ich da irgendwo kritisch Gerade bei so einem riesen Titel Wir reden gerade von Super Metroid Also einer der besten Also eigentlich Viele sagen Der beste Super Nintendo Ableger Und manche sagen Auch eines der besten Spiele Die es hier was gab Da bin ich kritisch Ich finde Das war zu fies Das war ein bisschen unfair Also wenn das Also deswegen Sag mir bitte Bescheid Gab es eine andere Möglichkeit Da rauszukommen Habe ich es einfach nicht gesehen Aber wenn das wirklich Die einzige Möglichkeit war Aus dieser Situation rauszukommen Finde ich es unfair Das ist meine offizielle Meinung Auch wenn ich jetzt gerade Ein bisschen sauer bin Ich meine es so Es ist unfair Weil Ihr habt es gesehen Ich bin zwei Parts Über eine Stunde dran gehockt Und habe gedacht Alter was soll ich denn machen Es gibt keinen Ausweg Jetzt bin ich aber am Racktrip Und hoffe Dass ich jetzt hier Irgendeine Weise Ein Hinweis finde Wie es weiter geht Wir sehen uns im nächsten Part wieder Bis dann